Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf TheJoCraft und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial geeignet für Pocket, für PC und ich könnte mir sogar auch denken Konsole, aber das muss einer von euch mal ausprobieren und in die Kommentare schreiben. Heute gibt es, wie ihr schon im Videotitel gesehen habt und im Thumbnail gesehen habt, ein kleines Casino, ein besonderes Casino und zwar ein kleiner einarmiger Bandit oder wie auch immer ihr diese Schaltung hier nennen möchtet. Das Ganze könnt ihr in euer Haus einbauen, in euer Casino einbauen, in euer Hotel einbauen oder falls ihr gerade einen Freizeitpark baut oder was auch immer baut, es ist eine Schaltung, die man wirklich super gut gebrauchen kann. So und wie funktioniert das? Das funktioniert ganz einfach, das ist diese eine Ecke, das ist schon alles, wir haben einen Knopf, wir haben ein kleines Interface, ihr seht, ich drücke den Knopf und es passiert nichts, bis ich eine Münze einlege. Ihr könnt selber bestimmen, was eure Münze ist und ich bereite mir mal ein paar Münzen vor und ich lege jetzt hier eine Münze ein und wir sehen, die Lampe hier geht an und sagt uns, es ist eine Münze eingelegt. So und wenn ich jetzt den Knopf drücke, wird einmal gelost und jetzt habe ich Glück gehabt, es sind beide Lampen angegangen, wenn hier oben beide Lampen angehen, bedeutet das, es gibt einen Gewinn für mich und zwar insgesamt zwei. Das heißt, ich kriege quasi einen Gewinn von einer Münze, mache ich ja, weil ich zahle ja eine Münze und bekomme eine, bekomme zwei Münzen minus die eine Münze, die ich bezahlt habe, bedeutet ich mache einen Gewinn von eins. Und das Schöne ist, ihr seht, ich packe jetzt hier oben vier rein, ihr seht, das hier ist auch gleichzeitig der Reservespeicher, das heißt, wenn ich jetzt nochmal drücke, gucken wir mal, ob es was geworden ist. Nein, ihr seht nur einmal, ihr seht, das Ding nimmt sich automatisch die Coins aus dem Reservespeicher, also viermal kann ich drücken, das war das zweite Mal, das ist das dritte Mal, gewonnen und das vierte Mal. So, gewonnen. Ihr könnt selber einstellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit man gewinnt. Aktuell habe ich die Wahrscheinlichkeit auf 50% eingeschaltet, das heißt, die Wahrscheinlichkeit hier zu gewinnen ist genauso wahrscheinlich, wie wenn ihr eine Münze werft und ihr eine Zahl oder einen Kopf bekommt, das heißt, 50-50, entweder ihr gewinnt oder ihr verliert. Ihr könnt die Wahrscheinlichkeit aber natürlich auch, wenn ihr vielleicht damit Umsatz machen wollt und ihr Geschäftsmanager-mäßig denkt und Profit machen möchtet, könnt ihr die Wahrscheinlichkeit natürlich ändern, dass man weniger gewinnt, sondern mehr verliert, weil am Ende soll ja die Bank gewinnen. So, die Bank dieses Automaten befindet sich hier unten und ich werde euch heute erklären, wie dieser Bauautomat gebaut wird, wie ihr der dann beschildert und so ist dann euer Bier, wie man so schön sagt. Ich werde euch jetzt erst zeigen, wie der Automat gebaut wird und dann erkläre ich euch Technik, dass jeder von euch versteht, was da passiert, denn darum geht es ja hier vor allem auch auf diesem Kanal, um zu wissen, wie so Technik funktioniert. Ihr seht, wir brauchen eine ganze Menge Palette an Items, wir brauchen Dropper, wir brauchen Trichter, wir brauchen Redstone-Equipment ohne Ende, also mit anderen Worten, wir müssen uns schon ganz gut ausstatten dafür und ich könnte mir denken, für ein Survival ist das ein bisschen zu viel, was hier gebaut werden soll. So, ihr sucht euch eine Ecke, in die das Ganze reingebaut wird oder wie auch immer ihr das haben möchtet und fangt als erstes an, dass wenn wir zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt hier unsere Ecke, in der das reingebaut wird, so und hier ist unser Fußboden. Dann hauen wir diese beiden hier schon mal zur Seite, bauen zwei Spender übereinander hin und by the way, das habe ich euch noch nicht gezeigt, bevor einige wieder meckern und so, ihr könnt euch natürlich nicht hier die Coins raustellen. Ihr seht, die Coins sind nicht hier drin, sondern die sind zwei Spender da drunter, ein Spender da drunter, zumindest ihr kommt da nicht dran. Also, als allererstes so zwei Spender hinstellen, dann einmal so einen Trichter stellen, einmal so einen Trichter stellen, ja, das hat seine Richtigkeit, sieht komisch aus, hat aber seine Richtigkeit. Achtung, nicht so, so wäre falsch, sondern so. Und zu guter Letzt euer Einwurfsspender, den packe ich hier nicht, ich nehme immer deshalb gerne Spender, einmal hier muss es ein Spender sein, Werfer könnte, ihr könnt ja auch Pfeile als Einsatz geben und dann würden die einfach nur losschießen. Und was ich bei Spendern gut finde, ist, die haben so einen Schlitz, das heißt, wie so ein Münzeinwurf. Und by the way, empfehle ich euch dann bei mir nicht so Wolle benutzen, sondern wenn ihr ein Item braucht, dann könnt ihr Hasenfote, nein, bloß nicht. Was können wir denn nehmen? Zum Beispiel eine Träne könnten wir nehmen, eine Geistträne könnten wir nehmen oder was ich jetzt eigentlich gesucht habe, aber gerade offensichtlich zu inkompetent bin zu finden, ist Golden Nuggets da. Ja, das ist immer eine sehr schöne Sache, eine sehr schöne Währung, mit der man auch gut arbeiten kann. So, jetzt geht es um die Technik, wir machen folgendes, wir nehmen uns zunächst ein Output an dieser Stelle, ein Comparator, den wir so hinsetzen, ein Redstone-Block oder sowas auch immer, wir setzen wahrscheinlich später keinen Redstone-Block hin, sondern wir brauchen noch einen Repeater, den setzen wir so hin. Und jetzt kommt ein Gag, pass auf, wir machen nämlich folgendes, wir machen einen Comparator, der in den Comparator geht, machen Rechtsklick auf diesen Comparator und setzen hier einen Trichter hin. So, und den Trichter hier befüllen wir jetzt mit irgendeinem Item zur maximalen vollen Stelle, bis auf die letzte nehmen wir weg und jetzt kommt es nämlich, da muss ich nochmal leider nachgucken, bei der letzten tun wir genau 42 Items rein. Das heißt, ihr seht hier, volle Items und an dieser Stelle müssen wir genau 42 Items reinpacken, also 1, 2, 42. Was bewirkt das? Jetzt suchen wir uns das Item aus, welches man bezahlen muss. Das heißt, unser Item, welches man bezahlt, ist glaube ich klar, das Item, was man hier reinwirft und man verdoppeln kann, wenn man Glück hat, und zwar Golden Nuggets wollen wir nehmen, die packen wir jetzt in diesen da. Ihr seht, diesen Trichter packen wir die zur vollen Pulle rein. Ach ja, und bevor ihr das tut, solltet ihr vielleicht einmal hier unten einen Block hinsetzen und hier eine Fackel dran setzen. Nämlich das macht, ihr seht, aktuell wandern die Items weiter hier durch, wenn die Fackel hier ist, bleiben die Items hier oben drin. So, nochmal alles reintun und ihr seht, jetzt ist hier Strom drauf. Wenn ihr allerdings ein Item rausnehmt und nur noch 63 drin sind, dann ist hier kein Strom. Warum? Dieses Ding hier ist jetzt gerade im Subtraktionsmodus eingestellt. Mit anderen Worten, solange das Signal auf der rechten Seite größer ist, wenn wir jetzt mal F3 drücken, die Taste F3, dann können wir sehen, was für ein Signal quasi daherkommt, wenn wir mal ganz kurz hier Redstone hinsetzen. Ihr seht, das Signal von diesem Redstone ist 14. Da oben seht ihr es, 14. Okay? 14. So, und wenn ich jetzt nur einen Komparator hier hinsetze und ich gucke nochmal hier, welches Signal hat er jetzt? Ihr seht, auf der rechten Seite 14. Der Signal, dieser Redstone hat einen Power von 14. Wenn ich jetzt einen weiteren Goldnugget hier reinpacke und damit den Trichter komplett voll mache, hat er ein Signal von 15, wie ihr hier rechts seht. So, und das heißt, ich lasse hier ein Signal von 14 reinlaufen und subtrahiere, das heißt, solange das Signal auf der rechten Seite größer ist, kein Stromoutput. Solange das Signal hier größer ist, gibt es einen Stromoutput. Jetzt gerade ist das Signal hier 15, jetzt ist es 14, deshalb kein Stromoutput. Das ist eine ganz wichtige Sache, solltet ihr verstanden haben, das ist diese Logik dieser Komparatoren. Die sind recht kompliziert, diese Dinge, aber ich muss euch sagen, man kann echt mega geile Sachen machen. So, der letzte Rest ist eigentlich nur noch ein bisschen Schaltung bauen. Da werde ich mich jetzt ein bisschen an meiner Bauvorlage hier orientieren, um euch das zu zeigen. So, so, so. Das erste, was wir machen, ist, wir setzen hier einen Repeater hin, setzen hier eine Fackel hin, setzen hier einen Block hin, da einen Block hingesetzt. Jetzt muss ich schon wieder gucken. Ja, ich werde jetzt die ganze Zeit hinterher fliegen müssen, zu gucken, weil das ein sehr kompaktes Design ist, was ich da entwickelt habe. Setzen hier einen Block hin, hier einen Block hin. Ihr könnt das Video auch sonst anhalten und ganz in Ruhe das nachbauen. Lasst euch viel Zeit dafür. Ansonsten wird es nachher nichts. So, und dann als nächstes setzen wir hier einen Block hin. Ihr seht jetzt gerade, ich habe hier eine Fackel hingesetzt. Daneben setzen wir so zwei Blöcke, setzen hier einen Knopf hin, setzen hier einen Redstone drauf. Oh ja, es wird immer komplizierter. So. Nein, noch nicht mal. Hahaha. Mal kurz, habe ich da hier einen Baufehler gemacht? Nein, ich habe hier keinen Baufehler gemacht. Hä? So, wir setzen hier einen Block hin. Dann sieht das Ganze so aus. Ich fliege mal ein bisschen drum herum, dass ihr das wirklich eins zu eins nachbauen könnt. Ansonsten, wie gesagt, Video anhalten. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich bei diesem Redstone-Mechanismus. Dann als nächstes hier ein Komperator. Zwei Blöcke so zur Seite gehen. Einen Dropper hier hinsetzen. Einen Trichter, also einen Spender und einen Trichter. Dann hier ein Item reintun. Und jetzt kommt euer Knopf. Ich würde den mit grüner Wolle machen. Es bietet sich am besten an. Hier hingesetzt. Dann hier einen Knopf. Und wir sehen, wenn ich den Knopf drücke, gibt es da mal ein kurzes Blink-Signal. Und die Fackel hier geht aus. Aber der Strom geht nicht aus. Für die Geeks unter euch, warum geht der Strom nicht aus? Weil diese Fackel an ist. Wenn jetzt also hier ein Item, also wenn jetzt hier 64 drin ist, also volle Möhre, alles voll. Dann ist diese Fackel aus. Und ihr seht, wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann geht auch der Redstone hier aus. Ihr habt es gesehen, jetzt geht der Redstone aus, weil wenn jetzt nicht hier drin ist, so, dann geht Redstone nicht aus. Und wenn der Redstone ausgeht, dann geht die Fackel an. Das heißt, diese Fackel blinkt einmal. Mit anderen Worten würde ich jetzt hier eine Lampe hinsetzen. Seht ihr, ich drücke den Knopf und nichts passiert. Aber ich bezahle einen Golden Nugget. Der Repeater geht an. Und ihr seht, die Fackel blinkt. Mit anderen Worten, das hat schon mal soweit gut geklappt. Was jetzt noch passiert ist, ist folgendes. Die Fackel hier unten wird verbunden mit diesem Teil hier unten. Mit anderen Worten, jedes Mal, wenn die Fackel blinkt, soll auch diese Fackel einmal kurz blinken und ein Item durchlassen. Standardmäßig soll diese Fackel immer an sein. Achtet darauf. Und was passiert jetzt? Ich drücke den Knopf und ihr seht, der Repeater geht aus. Warum? Weil unser Golden Nugget durchgelassen worden ist. Noch einmal kurz zum Verständnis. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Wir haben hier volle Möhre, goldene Nuggets. Deshalb ist der Repeater an der Stelle an. Die Fackel ist aus. Und der Redstone kann nun durch diese Fackel ausgeschaltet werden. Wenn der Redstone ausgeht, dann geht diese Fackel an. Der Strom hier geht an. Kurz für ein Blinksignal natürlich nur, weil der Knopf, dieses Ding hier, was ich jetzt gerade hier so angucke, das macht aus dem Knopf nur ein ganz kurzes Blinksignal. Dieses kurze Blinksignal geht hier runter, sorgt dafür, dass nur ganz kurz diese Fackel blinkt, wodurch ein Item rausgesaugt wird. Und das Ganze, wir sehen, guck, zack, bup. Ihr habt es gerade gesehen. Die hat ganz kurz geblinkt und ein Item wurde rausgesaugt. Jetzt fehlt hier wieder eins. Und ja, was passiert noch? Jetzt muss ja irgendwie noch unser Glücksautomat kommen. Dadurch wird auch noch dieser Spender aktiviert, der dann in den Trichter etwas reinspuckt. Und dann passiert folgendes. Wir machen hier einen Redstone-Komparator hin und packen hier zwei Redstones hin und nehmen uns jetzt eine Lampe, die wir hinpacken. Und zwar hier eine Lampe und da eine Lampe. Und ihr seht schon, das sieht ganz interessant aus. Wenn ich also jetzt hier einen Golden Nugget reinwerfe, oder ich lege jetzt mal ganz viele hier rein, das will ich auch eine Reserve haben. So, und ich drücke den Knopf. Ihr seht, jetzt passiert erstmal gar nichts, weil wir auch nochmal Items hier reinpacken müssen. Jetzt packe ich mal ein normales Item hier rein. Und wir sehen, wenn ich jetzt drücke, dann geht die erste Lampe an. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Minecart reinpacke, sprich ein Item, welches ich nicht stacken kann, das heißt nicht 64 mal in die Hand nehmen kann. Das geht ja mit dem Minecart nicht. Ich kann nicht zwei Minecarts ineinander, ihr seht, das geht nicht, ne? Während ich zwei Blöcke kann ich ineinander packen. Wunderbar, bietet mein Minecart nicht. Wenn ich einen Minecart hier oben reinpacke, alleine nur einen Minecart und drücke, dann kommt da eine 2 raus. Das heißt, das wäre der Hauptgewinn. Sprich, Minecart, Hauptgewinn, Block, kein Gewinn. Und was ich jetzt machen kann, ist noch einen Block hier reinzutun. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 3. Der Trichter hier, also beziehungsweise der Spender hier, wählt durch Zufall immer ein Item aus, welches er nach vorne spuckt. Wenn er das Minecart nach vorne spuckt, bekomme ich einen Preis. Wenn er den nach vorne spuckt, bekomme ich nichts. Wenn er den nach vorne spuckt, bekomme ich nichts. Mit anderen Worten, wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 1, Glück, zu 2, Unglück. Das ist unsere Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ungefähr, wenn ich das Spiel jetzt, das sagen die Mathematiker, ist natürlich nicht ganz richtig, aber angenommen, ich würde dieses Spiel jetzt eine Million Mal machen, dann würde ich jedes dritte Mal ungefähr im Durchschnitt gewinnen. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist nochmal eine Sache für sich, aber das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Ihr könnt hier die Wahrscheinlichkeit einstellen. Wenn ihr richtig gemein seid, also so richtig eure Kunden abzocken möchtet, ich sehe euch in euren Augen und Kommentaren an, dass ihr das wollt. Ihr seid Geschäftsmänner, ihr wollt die Menschen abzocken. Gut, dann zockt die Menschen doch einfach so ab, indem ihr möglichst viele Verlier-Items reinpackt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt 1 zu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 zu 6, dass ich gewinne. Buh, ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Dieses Spiel spiele ich nicht mehr. Okay, ich bin fair, ich mache die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1. Also 50-50. So, jetzt fehlen noch ein paar Glitzekleinigkeiten. Und zwar einmal möchte ich ganz gerne auch noch hier eine Lampe haben, an dieser Stelle, die uns sagt, dass Items drin sind. Das kriegen wir ja von diesem Repeater. Das ist also eine ganz einfache Schaltung. Was wir machen müssen, ist einfach hier zweimal so Redstone hinpacken. Das heißt, solange ein Item unten drin ist, ist die an. Ihr seht, zack, solange hier unten ein Item drin ist, also der Repeater an, ist die Lampe an. So, und jetzt muss es natürlich noch eine Gewinnausgabe geben. So, und die funktioniert wie folgt. Wir gehen hier unten hin. Und jetzt kommt ein geiler Trick. Wenn ich hier einen Repeater reinhabe. Ihr seht, die Items sind gerade hier unten. Und der Repeater gibt nun Strom drauf. Passiert Folgendes. Solltet wissen, dass so ein Spender Strom leiten kann. Mit anderen Worten, ihr seht, der Strom kann durch einen Spender durchlaufen. So natürlich nicht. Aber mit einem Repeater davor ist es absolut möglich. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Wenn jetzt zwei Spender nebeneinander stehen und der Strom geht an, dann geht als allererstes dieser Spender an. Und danach geht dieser Spender an. Ergo zufolge, wenn das Ganze so aussieht. Und ich habe hier unten ein Item. Dann geht als erstes der untere Spender an. Das Item geht nach oben. Dann geht der obere Spender ein. Das Item wird ausgespuckt. Ihr seht, das Item wandert mit einem Stromsignal durch zwei Spender. Schlup. Ist das nicht cool? Und diese Technik machen wir uns hier zunutze. Weil so komme ich als Kunde natürlich nicht an die Bank dran, die hier drunter ist. So, aber ihr seht, jedes Mal, wenn ihr Strom reinläuft, wird ein Item nach oben geschickt. So. Der Gewinn soll natürlich sein, dass man zwei Items bekommt. Das heißt, wir müssen noch eine klitzekleine Technik hier einbauen. Die Funktionen wie folgt. Repeater so gesetzt. Dann ein Komparator, den wir so hinsetzen, wie ich jetzt gerade hier habe. Block. Redstone. 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 Und vor dem Komparator nochmal einen Repeater. Dann machen wir den ganzen Teil hier frei. Setzen einen Repeater auf kleiner Stufe hin. Einen Repeater auf großer Stufe hin. Redstone. Redstone. Setzen dann hier zwei Blöcke hin. Setzen nochmal sowas da drauf. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch verbinden. Wir müssen hier eine Fackel dran machen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ihr das verbindet. Ihr könnt jetzt einfach, ihr müsst hier oben einen Repeater dran machen. Also das ist ganz wichtig. Und jetzt muss dieser Repeater einfach nur noch damit verbunden werden. Wie ihr das macht, ist egal. Dann müsst ihr gucken, wie viel Platz ihr habt. Ihr könnt es über diese Möglichkeit machen, wie ich sie euch jetzt zeige. Ungefähr so. Ihr zieht einfach ein Kabel möglichst schnell darunter. Oder, wenn ihr das Ganze ein bisschen eleganter haben möchtet, dann könnt ihr es auch so machen, dass ihr den Repeater weg macht und hier eine Fackel hinsetzt. Dann gehen wir so hin. Setzen hier einen Block hin. Und setzen hier nochmal eine Fackel hin. Das hat genau den gleichen Effekt. Weil, wenn Strom an der Stelle an ist, also beide Lampen blinken, geht die Fackel aus. Der Redstone geht aus. Die Fackel geht kurz an. So, und dann macht diese Technik unten folgendes. Die spuckt zweimal das Item aus. Das heißt, wir gucken mal. Ja, natürlich passiert jetzt nichts. Wir legen wieder unsere goldenen Nuggets ein und zack, zack, zack. Und ich habe gewonnen. Eins, eins. Ihr seht, es kam nur ein Item raus. Okay, mit anderen Worten. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Feintuning machen, dass da natürlich mehr rauskommt. Ganz einfach, indem wir einen Rechtsklick hier drauf machen. Mein Fehler. Ihr müsst einen Rechtsklick hier drauf machen. Was wir nämlich hier unten haben, ist ein kleiner Pulsgeber. Mit anderen Worten eine kleine Maschine. Die kann ich euch nochmal hier auf dem Trocknen nachbauen, damit ihr seht, was die macht. Ihr sollt ja alles verstehen, was hier passiert, so dass ihr auch selber tüfteln könnt und eure eigenen Sachen macht. Ihr seht, das Ding hier gibt einfach nur ein Puls. Und bei einem kurzen Stromsignal, ich habe das so ausgemessen, dass es genau zwei, das heißt, ihr seht, dadurch wird aus einem kurzen Signal, also das Signal, was hier ankommt, wenn man gewinnt, ist kurz. Nicht gewonnen. Nicht gewonnen. Gewonnen. Ihr seht, ihr habt gesehen, das Signal ist recht kurz. Wenn ich jetzt einfach nur so das Signal weiterleite, so, dann gibt es einen Gewinn von 1. Dann bekommt man quasi das, was man gezahlt hat, wieder zurück. 1. Man hat nichts gewonnen. Ganz im Gegenteil. So, aber wenn ich jetzt hier noch einen Repeater so dahin stelle, dann ist das Signal hier ein bisschen länger. Und das ist so lang, dass genau zwei rauskommen. Also wir sehen nochmal, guck mal, vielleicht gewinne ich jetzt. Ja, 1, 2. Wups, wups. Ihr seht, zwei Golden Nuggets kommen raus und wir sind fertig. Jetzt müsst ihr das nur noch beschriften und könnt das Ganze zubauen und fertig bauen. Und das Ganze könnt ihr in die Ecke eures Casinos bauen oder wo auch immer. Liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, wo ihr diese Schaltung benutzt oder benötigt. Ihr dürft gerne auch ein Review mal dazu machen oder es auf YouTube mal zeigen. Falls ihr selbst einen YouTube-Kanal habt, ich würde mir gerne das Video angucken. Schreibt sonst in die Videobeschreibung einfach irgendwie gefunden oder dieses Design von The JoeCraft irgendwie, dass ich das finde, das Video. Denn immer wenn The JoeCraft in der Videobeschreibung ist und ihr etwas tatsächlich für mich gebaut habt, erreicht mich dieses Video auch auf irgendwelchen Wege. Und mich würde es wirklich mal interessieren, wie ihr diesen wunderschönen Mechanismus hier benutzt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe einen neuen Spruch überlegt. Gucken wir mal, wie lange ich diesen durchziehe. Und zwar, gebt dem Video einen Daumen hoch. Hihihi. Treue Abonnenten wissen ganz genau, was ich meine. Ja, also gebt dem Video einen Daumen hoch. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Liebe Leute, bis bald. Und ciao. So, sind weg. Gut. Was ich schon immer mal machen wollte, ist all mein Geld zu verzocken. Moment, wo ist es denn? Aber wirklich, die haben in Minecraft wirklich sich recht Mühe gegeben, das Inventar so umzubauen, und das ist wirklich... So. Jetzt heißt es zocken. Zocken bis zum geht nicht mehr. Zocken bis zum geht nicht mehr. Zocken bis zum geht nicht mehr. Ach, weißt du was? Ganz ehrlich. Komm, hier. Tschüss. Zocken bis zum geht nicht mehr. 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 Vielen Dank.